ich bin jetzt mit ihr machen ich glaube du fliegst gerne oder tschüss so kommt das shuttle auf jeden Fall landen wir sind gleich wir kommen schon schatten verschwindet das war geblieben wo er gekommen ist was jetzt davon da gab es und muss im Monitore und bisschen Munition das ist eh neun was wartet ihr auf uns? wieder so ein Raum oh jetzt die alten Stämme oh ich glaube jetzt treffen wir die Kollegen die wir schon ein paar mal gesehen haben und den Großvater auch schon erzählt hat die alten Stämme erst mal Hallo? Jemand? Noch steh ich hinter meinem Fleisch. Lops. Ja, da. Willst du was melden? So, also... Bäh. Ich bin auf der Fleischwürfel hier, ey. Okay, du musst aber nicht gebunden. Können wir mit dem Geist durchgehen? Und hier bestimmt einfach mal deaktivieren, ja? Jawoll. So easy. Du? Nee. Bleib ruhig, mein Kollege. So. 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 5 4 3 4 4 4 um okay wir gehen erst komische Sachen ab auf der Erde kommt was wir trotzdem lieber dort als hier muss ich mal so feststellen mal wieder speichern Uh Ränder Hallo Na ich hab den Meer Jetzt ist er rot Na ne Eis Gut Wo sind wir denn jetzt Aha Uh sehr schön Blois munition Na gut Jetzt wird schon wieder zurück Das heißt wir können jetzt den Wandgang benutzen Äh Nun alles aus Sehr hübsch Sehr hübsch gefällt mir So macht das Laune So und dann kommen wir darüber Stimmt nicht ohne Gegenwehr Ah Ah da Ah da War doch klar Da machen wir keinen Stress Was bist du denn Meine Güte ey Ich bin schon nicht so richtig Den Knopf direkt Äh Vorm Portal Mal So So Ah Ah Zumal hier Ehm 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 Eins Ach Mensch Was soll denn da Blödsinn Ach Rechts geht es lang Und geradeaus Ach Warum erstmal wieder hier Aha. Wollen wir wieder irgendwas aktivieren. Oder nächste Wandgang. Ja. Das habe ich nie überlegt, Kollege. Noch jemand? Und das ist jetzt Ruhe. Meine Güte. Das wird sich nicht benehmen, die Herren. Die man so unhöflich sind, hast du? Ja. Ähm. Ah. Äh. 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 Ähm. Äh. Ich hab die. Ja. Ah, komm schon. Ja. Ah, fuck. Ja. Hallo. Oh, komm, stirb. Oh, wir leben. Achtung, herabfallende Trümmer vom Abflussrohr. Warum fallen hier überall Trümmer runter? Oh, komm. Hey, Kollege, schon wieder da? Haben wir da eigentlich gerade erst aufgeräumt, oder? Ah, komm schon, oh nein. Fuck. Ja, ich, dieses Spiel ist genauso verwirrend wie Tura. Aber bis jetzt zeigt sich noch kein sehr sinnvoller Zusammenhang. Hm, so. Komm her, komm voll. Hm, hm. Hallo? Ist hier gemacht? Was Zeitphasenstart tut? Gut, der Shuttle ist, er hat auch gefunden, es ist ein Ausgang. Dann hat er Wiener. Hier, kannst du klein lassen, Kollege. Noch jemand? Mal Shuttle landen. Hallo? Willst du eine Demolition holen? Oh. Ich will es mal haben, komm mal her. Deine Idee. Ich stirb schon. Was? Den? Ah, schade. Die Frage. Nur die Frage, was machen wir jetzt hier oben schon wieder an? Und das führt zu der anderen Seite. Ähm. Ähm. Okay. Daher hätte ich mir auch ohne Augen müssen. Aber Leute, das machen wir jetzt mal. Wo denn? Wo denn? Hallo? Wie, was soll denn das? So. Da ist noch zu. Können Sie nur zu. Es scheint was zu sein, das ist. Gut. Kaputt. Was? Na? Was machst du hübsches? Hier irgendwie die Kraftfelder ausschalten. Oh ja. Oh ja. Was machen? Brauchen wir das gerade, oder? Nee, Kraftfeld. Aha. Ein anderes ist dafür offen. Also. So. Zwei offen. Was machen? Ja. 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 Ich bin gerade leicht verwirrt. Ja. 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 Das ist auch nicht der gemacht. Aber wie ist das? Oh! Ich bin auf der Toplone, da. Jetzt noch an der anderen Seite. So, und was haben wir jetzt davon? Aha! Und das dort drüben auch? Ich kriege jedes Mal die falsche Taste. Du? Aha! Und jetzt? Ich bin überall so ein Ding außer dort. Ich bin überall so ein Ding. Was können wir denn hier jetzt noch machen? Ich bin überall so ein Ding. Eine Idee. Eine Idee. Eine Idee. Ne, schade. Die leuchten leicht grün und jetzt gar nicht. Ich bin überall so ein Ding. Ich bin überall so ein Ding. Ich bin überall so ein Ding. wir müssen mit die anderen vielleicht ausschalten vielleicht genau verkehrt rum gemacht können wir nicht mehr wird das schon richtig gewesen sein ja 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 aber so war das mit dem traktor strahl ja schon fast richtig nur schon würden so hallo hatte gerade noch einer geschossen So, wer steht da? Achso. So, jetzt, jetzt kommen wir nach oben. Aha, aha, aha. Sehr schön. Hallo. Boah. Meine Güte, machst du denn so vom Krach her? Wie kann man das Shuttle? So bestimmt zum Aufladen. So, aber trotz allem, wäre ich hier an dieser Stelle erstmal. Los machen. Sind auch schon wieder. Ja, ich bin schon wieder lang genug. Und wieder über dreieinhalb Stunden. So, ich speichere nochmal. So, und dann wissen wir Bescheid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Rüttlack und Herr Pfann. So, ich bin schon wieder einmal. Vielen Dank.